oh ja ernst? waren die innen lang? hier ist voll viel passiert, es gibt so eine flowline hier und damit eine jumpline gebaut diese flow stimmt da, das sieht schon schlecht aus, das fahr ich jetzt direkt mal, darf man gespannt sein hier ok hier fehlen noch ein paar wellen ui, Rewave, durchzu ok, ich verliere meine Hosen, warum auch immer, das geht natürlich nicht da ist das schuld schon zu sein ok, kommt so vor als wäre er mehr Glück ah, ich habe das erste mal gescheiten Hinterreifen ok das war eine ungewöhnliche erste Abfahrt vielleicht sollte ich mir wirklich angewöhnen öfters mal so einen guten Reifen zu fahren die Kurvengeschwindigkeiten sind ja doch einiges höher ob das mich genau so bespaß, das werde ich ja heute rausfinden boner double tap da muss ich noch ein bisschen üben nach weiter außen rausspringen, sonst kriegt man ja die Kurve nicht mehr und ob das überhaupt mit der Speed geht bei einer Anwesenheit hast du keinen Manual mehr machen warum? weil ich dann eifersüchtig werde ha, achso die grüne Traktor ist zu hoch tja halt, nicht so schnell hör auf da zu springen ist so langsam hui, merci scheiße das weh nix das weh nix das weh nix das weh nix noch einmal ganz leicht oder? ok das war scheiße das war scheiße das fahren wir ne? oh 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 yeah boy hör mal, rollst du einfach schneller? ja, gucken wir mal ob er hinterher kommt der rollt so gut, warum rollt der so gut? dann war ich heute in dem Scheißgang da musst du doch eh nicht reden, auf der Ausstrecke wenn ich den nicht hierher fahre schon jetzt macht er das schon wieder vielleicht ist er einfach windschneidig ok oder ich hatte Scheißlein im schneidenfeld völlig falsche reifenwahl nico zieht mich ab so nun gut mal eine neue speichel rein operieren ja jo oh ok auch rumrollt der mir weg jetzt jetzt ha 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 das kommt mal ja 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 du fährst vor ja du fährst vor nicht so schnell du Penner ja jonge Ich seh nix! Schneller! Ich seh nix! Wow! Oh! 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 Alter, ist das ein Gehacke! Puh! Jetzt hab ich bessere Kurventraktion! Jetzt ist er weg! Oh! Oh! Ernst! Fahren die innen lang? Ich glaub's hart! Läuft das Ding eigentlich nicht? Das ist auf! Oh, das ist nix! Ah! Alter, ich bin nah dran! Oh! 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 Alter! Junge! Du Assi! Oh! 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 Alter! Das war... Oh! Oh! Ja! Du bist so schnell nach dem Überweg da rein gejumpt! Du warst... Wir waren beide alle so viel von der Kante entfernt! Du bist so weit weg von bevor ich hinten rüber gekommen wär! Übel! Deswegen hab ich gesagt, Alter! Und dann in der nächsten Kurve bist du oben auf dem Grat lang gefahren! Ja! Ah, Auto! Das ist immer wieder typisch! Puh!